Hallo, wie du? Hi, Hei, Hei. Hei, Hei. So, es sei es rum Freunde! Wir sind wieder da! Feuer Salamander Mach Beine auseinander Mach Beine wieder zu Und raus bist du Retten wir in diese Episode Aschen! Hi, Hi, Hei, Hei Broken Schleli! Oder meine Broken Legs! Space Taxi To the Sky Oh ja! Feuer Salamander Mach Beine auseinander Mach Beine wieder zu Und der Furt trifft Böse Ich hab den Timeline eingestellt Das ist Usher Sie macht Musik mit Justin Bieber Sie hat Justin Bieber zu diesem großen etwas gemacht, das er heute ist Ja, Mann, das finde ich auch super Ja, Mann, das ist richtig nice Oh, ja, stimmt Kiek mal, was da drin ist Ein Audiolog, aber das kann ich nicht nehmen Kannst du das jetzt nicht nehmen? Ich stand hier bevor you today You You lesbian boy Ich seh an Obama mit den Brüsten, junger Mann Ja, leck mich am Arsch Jetzt geht schon fast ins Schweizerische Oh, die steht wieder scheu aus Oh, die steht wieder scheu aus ULTA ULTA ASHA 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 JEMEN I can't use duty with self-righteousness I don't know, I can't use duty with self-righteousness What is that to take? I don't know You say the title like it's a dirty word Is he ever going to roll a spécial by a psychopath? Yeah Yeah We're both pretty tough, I would say Oookay Oh, the fuck Ayyo, Ayyo, who's a super-bad detective Why did you have such a bullshit-child in your face? Das ist das Fleur des Seins. Das ist ja voll die Scheiße hier. Aber was war da lieber? Hackenkreis. Ja! Auf jeden, auf jeden! Auf jeden! Voll die Neonazi-Masche hier! Die Leute werden es lieben, sie lieben es, sie lieben die Neonazis hier. Die heißt die BDCH Ja! Frauke Petri! Frauke Petri ist draußen hier. Und es ist nicht kompiert. Ich hab gelesen sie wie ihr eigener Partei jetzt kommt. Die Blauen. Witzig, gell. Sie hat ihr Mann. Witzig. Sie hat scheinbar Mann. Ja. Warum hat jeder einen Mann? Ist das dieses Level das voll die Anspielung aufmerkliche Sonne? Irgendwie ja. Irgendwie ja. Ja. Ich hab's gehört. Ja. Das war genau der Toner. Genau der. Scheint so. Frech. Oh Gott. Ja mein böses Ich. Ah ja. Fucking Liquid, oder? Scheiss. Scheiss. Du Sau. Holy shit. Du Sau. Du Sau. Du Sau. Du Sau. Das ist man noch nie. Zu dem Zeitpunkt hab ich den Metal Gesang noch nie gespielt kommen. Echt? Deswegen haben wir da nichts dabei gedacht. Oh Gott. Ja das hab ich mir damals schon gedacht wo ich gespielt hab. Ja genau. Hey. Geh raus. Ey mein. Jetzt mir die Lichter verständigt ganz well. Wann schießt die Mittelge so ein Lichter aus? Einmal beim Kampf gegen Olga. Ja. Du musst aber du kannst ja sonst da. Ja. Und jetzt. F*****. Fuck Werder. Finde dein böse Ich. Vielleicht auch dein böse Mir. BOSS. 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 Es gibt sogar Sinn weil ich kann den Big Boss äh. Ich mein mit Snake. Was ist denn die scheiß Luftschacht? Ja. Was ist denn die scheiß Luftschacht? Was ist denn die scheiß Luftschacht? Wie im... Wer sagt die ganze... Ich glaub, Arsch, Arsch. Aber... Ja, die Leute haben ja Metal jetzt gespürt haben müssen, weil sie... Ja, sonst Tricks ist es nicht mehr. So war's für mich. Ja, wenn man die Leute das gemacht haben. Ach so, ja. Die Leute, die das Spiel entwickelt haben. Also Diebsilber. Diebsilber, ja. Warum musst du eigentlich die Lichter schalten, damit du umbringen kannst? Weil... Wenn er mich sonst sehen könnte. Ach so, okay. Aus dem Kopf. I can't see. Da ist Meryl. Das soll Meryl sein. Wahrscheinlich. Meryl war ja diejenige, die mit dem Arsch so weggegangen ist. Ich kann den Meryl messen. Du kennst es doch. Oh Gott. Das ist dann Liquid. Kannst du nicht einfach eine Augenklappe? Ich glaube ja. Kannst du nicht einfach eine scheiß Augenklappe? Ja, und er schaut halt aus wie... Das ist so ein fancy Wibler. Ja, ja. Bord. Das ist... Wahrscheinlich ist das aber auf dem allerersten angelehnt. Weil das dann Big Boss ist. Ah ja. Weil das uns wieder eine Augenklappe gibt. Eben, ja. Das kann Sinn. Ja, schau, schau dir das an. Ja. Ja. Ja, also doch. Du musst da in eine Box rein. Ach. Weil das gibt es in Life & Conquer. Deswegen war jetzt... Ja. 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 Ich glaube tatsächlich, wo ich die Mission gespielt habe, war der Hornsonder. Das kann sein, ja. Das hat sich nur beschwert. Ja. Was es so gleich ist und so. Scheiße. Wunderschön. 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 Metal Saints Solid. Leute, das wird jetzt der Titel, oder was? Ja, vom Video. Ja. Metal Saints Solid. Metal Saints Solid. Und dann wird's... Dann wird's wahrscheinlich fucking... Oder Metal Gear Saints. Dann wird's wahrscheinlich fucking Solid Snake mit einem Fleur des Saints auf der Brust. Ja, fast. Ja, sehr gut. Und was dann einfach nur nur ein Kopf auf die Uniform draufpackt. Oder auf Johnny Get vielleicht. Aber sein Kopf auf Johnny Get draufpackt oder sonst kann man theoretisch. Das kennt man. Ja, Freude, das macht man. Ja. Spitz mal bitte Agent of Mayhem. Und dann sagt uns, wie es ist. Ich hab's schon mal schon. Ich hab's schon mal. Ich hab's schon mal. Ich hab's schon mal. Ich hab's schon mal gesehen. 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 Ja, von der Spitzlein, wenn man sagt uns wie es findet. Ah, da, da, das, 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 das. Geld-Clown. War das Piffen oder was? Na, von einem dann vorher kurz Piffen, glaub ich. Cool. Das war's. Wunderbar. Irgendwann damals dachte sie sich halt missionisch schon beschissen. Irgendwie ist ja cool. Ja, das geht. Das ist so Hommage. Und der beste Spül. Ja. Ja. Wenn das Piffen machen wird, dann will ich es auch werden. Ja. Auf jeden Fall, ich werde von BigPos als Spieler. Ja, oder du kannst den Boxen spülen oder so. In Cardboard-Boxen. Ja, das ist so wie mit deinem scheiß Zigaretten-Ding. Ja, fix. Ja, du hast Spaß mit dem. Ich habe den Aeroduct. Hm. Das geht ja. Du kannst es ja aufschrauben, wenn es nicht so war. Oder du bist einfach Batman, der reißt seinen Horror. Aber nur wenn er fliegt Batman. Der Ghur, der Batman. Na, da wird man in Arkham. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Warum schaust du eigentlich dann so aus und nicht, wie Du ausschaust? Weil sie eben ein Problem- Ich glaub' der schaut aus wie ich! Demmen geht's ja! Mary, ne – aber warum schaust du so aus und nicht so aus wie du die gemacht hast? Weil sie ein Problem damit hat und sie mich sonst töten wollen würde. Achso. Achso. Ach Gott. Ja, nice. Das muss in Zwarer passiert sein. Hast du in Zwarer nichts spült? Ja. Liquid. Ja, der Big Boss. Ja, Big Boss. Ist da so viel... Ja, Hitler. Er ist Vorkamer. Geil. Stirb. Stirb. Ich hab mir doch der Arne heute jetzt den anderen als Schutzschild, Alter. Das war schon heiß gewesen. Ja, das war so... Wow. So viel sind deine Kollegen also wert. Für? Hey Mädels. Warum musst du denn eigentlich nicht gegen Rex antreten? Weil... Wir schon gegen Paul angetreten sind. Tatsächlich. Paul ist sowas wie Rex. Wie Rex. Wie Rex. Wie Rex. Metal Gear Rex. Kommissar Rex der Dritte. Schermenversen auf Metal Gear Solid Metal Gear Rex. Metal Rüstung Rex. Ist angetreten. Metal Rüstung Rex. Metal Rüstung Rei. Shago Hot. Arsenal Rüstung. Arsenal. Oh fuck. Gecko. Ja, die Geckos. Geckos. Es gibt übrigens Metal Gear Solid 1 mit deutscher Sprachausgabe. Oh. Das ist jetzt die Schrecklichung. Mhm. Schauen wir mal. I can imagine that. Schauen wir mal. Mhm. Mhm. Ja, fixe. Und da kämpft man jetzt. Deutsche Syncro. Metal Gear Solid. Englische vs. Deutsche Syncro. Metal Gear Solid. Englische vs. Deutsche Syncro. Schöne Syncro. Schliebe von Metal Gear Solid Vorspieler. Gibt so ne kleine Einleitung. Dann gebe ich mich nicht wirklich Herrn. Also halte. Die kleine Kleine. Schliebe ich nur gerne Herrn wie sie die Anwendung gibt. Hüte die Hand langer. So. Ja, der Körner. Ja, der Körner. Auf Deutsch. Ja, der Körner. Hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140,85. Höhle. Höhle. Fui. Fui. Das ist Snake. Oder was das ist? Das ist Snake. Das ist Marrow. Wie geht das mit dem Sneak Anzug? Schön trocken. Aber bewegen ist schwierig. Er soll unter Kühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Das ist Naomi. Das ist Naomi, aber das ist Snake. Holy shit. Woll ich nicht mehr sagen, er ist sowas wie fucking, nicht Raven, wie der Fatman, oder wie er heißt. Oh, oh. Ah ja, bist du wieder Fatman. Ja, aber Raven war... Warum bist du so gefärbt? Was wirst du mir damit sagen? Ja, das hat ein bisschen was von Raven, ein bisschen was von Fatman, ein bisschen was von The Fury. The Fury. Ja, ein bisschen. The Fury. The Fury, The Fury. Der Feuertyp. The Fury, ja, ich weiß schon, wer der Fury ist, du Spast. Glaubst du, ich habe nicht alle Metal Gear Solid teile gespielt, oder? Nein, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, ich glaube, du hast nur zwei gespielt. Was, Metal Gear Solid 4 und 5, oder was? Nein, Ground Zeroes und Phantom Pain. Achso, weil, so wie alle anderen, oder was? Genau so, ja. Du wirst kein Deutsch besser. Hey Freunde, wenn ich ja nur Phantom Pain gespielt habe, dann bringt euch bitte... ...eine Orangensaft. Ja. Und spielst du die anderen Teile. Genau das, aber die Danke. Und dann spielst du mal Danganronpa. Danganronpa! Schau dir das Gottes Neugier an. Keine Ahnung, ich schau dir nur. Schau mal, da steht auch oben. Oh, Sniper Wolf! Oh, ja, ein bisschen. Stimmt, ja, es ist alles so Zungen gemischt. Ja, es ist fucking Sniper Wolf. Ja, es ist alles so Zungen gemischt. Dann müsste ich jetzt eigentlich auf Arscher schießen. Ich müsste es hier. Wolken? Damit lock ich sie ja aus der Reserve. Ja, weil die Frage ist so, bei wem wirst du das? Ist doch, wem wirst du das, was schießt, das es rauskommt? Olga? Olga? Nein, das ist so schlecht, wenn du das zählst. Ja, aber nicht, dass sie rauskommt. Hallo! Scheiße! Sie hat sich wirklich erwischt. Geweckt! Komm, 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 komm. Ah, fuck. Komm, komm. So wie Meryl. So wie Meryl, ja. So, ja. Leck mich. Leck mich. Mit Begleitern verbrachte Zeit. 1,70 Minuten. Beda? Ah, ja, ich weiß, die Folge wird lang, aber der Kampf ist gleich vorbei. Beda, du kennst die. Ja, okay, wenn es mannt. Wenn es mannt, dass du jetzt in die Gesunde reinpasst, dann okay. Es ist Metal Gear. Ja, trotzdem. Es ist nicht Metal Gear. Nein. So, Metal Gear, let's play. Kennt halt mal. Irgendwann vielleicht. Ja. Aber welches? Alle. Alle, alle. Hintereinander. So, zack, 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 zack. Mach ma es dann. Mach ma es dann, wann es neilige Metal Gear Solid 6 rauskommt. Also, nie. Also, nie. Es ist Vorbereitung, Metal Gear Solid 6. Das ist nur unwahrscheinlich, wie Half-Life 3. Äh, na. Ist beide unwahrscheinlich. Ja. War das ziemlich weit, ist das O-Ton, oder ist das... Na, das ist der komische Roboter, den haben wir eh schon ein paar Mal bekannt. Wie was? Das ist Metal Gear Rex. Metal Rüstung Rex angedreht. Metal Rüstung Rex. Zum Angriff. Was, 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 was? Ich trinke ja noch meine Erdbeermilch. Meine schöne Erdbeermilch. Mhm. Wolfenstein 2. Genau. Den Nivo, oder? Na, Senior Colossus. Genau. Old Plus. Schnapp ihn mir, Tiger. Schnapp ihn mir, Tiger. Schnapp ihn mir, Tiger. Was ist denn die Heckung? Schwerer ist da die Arm. Hey. Susan. Susan Maus. Hey Susan. Hey Susan, fuck. Hoppa. Jesus. Oh my God, he pulled the perfect staircase and he killed myself with it. Oh, she killed myself with it. Komm. Ficken wir es mal, ficken. Ficken zu Hause. Zu Hause. Oh Gott, jetzt nicht, jetzt nicht. Leben. Scheiß, Mion, der Scheiß-Roboter. Wenn der nicht war. Was einfach für, ja. Komm, fuck me. Oh yeah. Komm, jetzt stirbt, komm. Asha. Asha, 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 Jemen. Asha, ab in den Jemen. Asha, ab in den Jemen. Oh Gott. Asha, ab in den Jemen. Asha, in den Jemen. Na, Peter, jetzt nicht, das ist Gott so spannend. Die Leute würden mich hassen, der Jemen. Ja, aber du kannst den Clifffänger machen und jetzt bist du gleich drohen und dann starten, dann beendest du sie. Ok. Sooo, schaut's aus. Weckige Hure. Ja, 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 ein bisschen mehr. Drauf bleiben. Einfach drauf bleiben. Scheiße. Du vollst hätt' mir umbruch. Da, Samma daheim. Ich hätte irgendwie anzogen wie der Boss. Ja, das auch. Das auch. Es ist zu viel. Es ist zu viel Metal hier. Ja, ja. Und raue und Zigaretten oder was? Ja. 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 Und dann, ähm, war ich jetzt halt singen?